Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind in der Eklave, wir wurden nämlich von denen entführt und müssen jetzt hier gegen alle kämpfen, beziehungsweise die sollen gegen uns kämpfen, die dürfen einfach schießen, wenn die uns sehen. Ich finde das irgendwie nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht nett. Warum? What the fuck? Geh weg! Warum treffe ich nicht? Weg du Arsch! Ja, warte, hier. Moment, ich muss kurz noch weiter nachladen. Ja, ich habe daneben geschossen und triff... Oh oh. Ich glaube, ich hätte sterben, kann das sein? Okay, ich gehe mal kurz... Ne, ich kann hier gar nicht durch. Äh, scheiße. Manchmal voll dumm, dass er nicht trifft, ne? Oh, okay, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Ich habe mir natürlich zwar genug Essen eingesteckt, aber das dürfte trotzdem nicht reichen. Einfach nur so vermutlich. Okay, den habe ich ordentlich weggeknuspert, ey. Okay. Richtig geil. So, den habe ich auch weggeknuspert. Auch richtig geil. Plasma-Granate nehmen wir mit. Trennmesser ist eigentlich eine geile Waffe. Ein Plasma-Granate nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Okay. Äh, wo ist der andere? Der liegt hier bestimmt auch mal irgendwo rum. Da. Okay. Speichern? Nicht vergessen. Speichern, wichtig. Hier oben kurz gucken, ob da noch irgendwas ist. Nope. Äh, nein, nein, nein. Hier, guck mal, hier ist ein kleines Gehirn. Da muss ich gar nicht hin, alles klar. Wird ja sein, dass ich hier irgendwie runterkomme. Da. Der ist die Treppe. So, mittlerweile sind wir hier. Ich muss da lang. Zurückziehen und neu kopieren. Moment. Oder? Muss ich hier lang? Äh, doch. Vielleicht hier durch. Könnte sein, nicht wahr? Öffnen wir mal diese Tür. Gehen wir mal einfach da. Äh, ich glaube, das ist falsch. Na gut. Dann gehen wir einfach hier ein bisschen weiter geradeaus. Und gehen hier durch. Hm. Recht wenig. Ah, da kommen noch ein paar von denen. Jawohl. Tschüssi, Kowski, mein Freund. Tschüssi, Kowski. Und gut, bei dir schieße ich einfach jetzt daneben, weil du hast ja gerade deinen Freund verloren. Dann sage ich mir mal, machen wir gleich beim nächsten Schuss. Ciao. So, ist die... Ach, scheiße, ich habe irgendwas wieder mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. So, ich gehe einfach hier lang. Dann werden wir ja gleich sehen, ob das stimmt. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, Wachbords helfen mir gerade. Sehr geil. Der ist tot. Alles gut. Was? Ja, Moment. Danke. Einen schönen Tag wünsche ich. Aber gleichfalls. Okay. Wir packen unsere Waffe weg. Werden wir wohl gerade nicht mehr brauchen. Und jetzt werden wir dem Präsidenten höchstpersönlich gegenüber treten und mit ihm einen kleinen Plausch halten. Na, wenn das nicht mal spitze ist. Moment. Da hoch. Alles klar. Hat sein Büro halt ziemlich hoch gelegen, weil er, mein Gott, da machst du nichts, ne? Zeigen Sie sich schon, wenn wir uns gegenüberstehen. Verstecken gilt nicht. Nein. Sie sind ja nicht doof, ne? Es ist eine Freude, Sie zu treffen, Mr. President. Ist das so? Ich höre. Die Hauptstadt unserer Nation steht am Scheideweg. Der Weg, den Sie und ich hier heute einschlagen, wird das Leben aller verändern. Sie müssen in meinem Namen handeln. Um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Können Sie mir vielleicht erklären, was Sie meinen? Mein Einfluss auf die Welt ist derzeit begrenzt. Ich allein kann nicht mehr bewirken. Sie dagegen können nach Belieben kommen und gehen. Sie haben also viel mehr Handlungsspielraum. Vielleicht sollte ich besser erklären, warum Veränderungen notwendig sind und weshalb ich wünsche, dass Sie in meinem Namen einen Namen handeln. Ich höre fasziniert zu. Während die Mutanten hier Unwesen treiben, können die guten Menschen dieses Landes die Kontrolle nicht wiedererlangen. Weder meine Soldaten noch die Sekte, mit der sie in Kontakt gekommen sind, diese stählerne Brüderschaft, können den Lauf der Dinge aufhalten. unsere Gesellschaft, unsere Welt muss von Supermutanten und Ghulen befreit werden, bevor wir weitere Fortschritte machen können. Wo andere gescheitert sind, wird die Arbeit ihres Vaters, glaube ich, erfolgreich sein. Die Arbeit meines Vaters, was hat die damit zu tun? Der Aufbereiter, den Ihr Vater zu bauen half, hat die Fähigkeit, das gesamte Ödland der Hauptstadt mit sauberem Wasser zu versorgen. Durch eine einfache Modifikation kann er zur Verbreitung von Wirkstoffen eingesetzt werden und helfen, übers Trinkwasser alle Mutanten zu vernichten. Mit der Zeit könnten wir so alle Mutanten im Ödland eliminieren, während die guten Menschen dieser Welt wieder gesund werden. Erfolg haben wir jedoch nur, wenn Sie diese notwendigen Modifikationen vornehmen. Hört sich nicht danach an, als ob ich da irgendwie helfen könnte. Ihre Rolle bei dem Ganzen ist wirklich sehr einfach. Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus, die in die Steuerkonsole des Aufbereiters eingesetzt werden muss. Haben Sie das getan und den Aktivierungscode eingegeben, wird der Aufbereiter aktiviert und der Prozess läuft automatisch ab. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Tja. Meine guten Supermutanten sind natürlich eine Gefahr. Also, wie gut, aber die Menschen sind ja eben so eine Gefahr im Grunde. Es gibt ja auch gute Gule und gute Supermutanten, wie wir erfahren haben. Also, vergessen Sie es. Das mache ich nicht. Ich finde das sehr bedauerlich und äußerst enttäuschend. Ich fühle mich gezwungen, Sie auf die Schwere der Situation hinzuweisen. Ich kann Sie nur gehen lassen, wenn Sie die Ampulle an sich nehmen. Okay. Das muss ein Ende haben, Eden. Du musst dich und diese Basis zerstören. Die Macht ergreifen und fordern, dass die anderen ein folgen? Das geht nicht. Aufhören. Wo soll das noch enden? Die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Ich schätze, Sie haben recht. Gut. Ihr Wunsch ist mir gefehlt. Sobald Sie gegangen sind, werde ich der Enklave ein Ende bereiten. Ich kann Colonel Orton nicht für immer aufhalten. Damit werden Sie also allein klarkommen müssen. Ich nehme mal an, dass wir uns jetzt lebewohl sagen. Den Weg nach draußen müssen Sie allein finden. Ich muss noch Vorbereitungen treffen. Alles klar. Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aufgaben. Aber zacks. Ich speichere mal ganz kurz. Die Ampulle modifiziertes FEV mitnehmen. Okay, ich habe die jetzt nur mitgenommen, nicht eingesetzt. Also nichts Böses gemacht jetzt gerade, oder was? Scheiße, warte, 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 Ich nehme das jetzt mit. Alles gut. Jetzt müssen wir irgendwie noch rauskommen. Okay, ich meine, machen ihre Arbeit natürlich gut. Ja, klar. Roboter, nein. What the fuck war das denn? Ja, brennt. Okay, wir nehmen natürlich mit, was wir mitnehmen können, also an Munition, weil Munition ist wichtiger als alles andere hier in diesem Spiel, in dieser Welt. Oh, da geht der Kugenschrauber hoch. Oh, fuck. Oh, ich habe ihn getötet, nice. Helfen die mir? Weiter. Geiler Shit. Ja. Bin ich geil. Okay, wir werden natürlich ab und zu speichern müssen, weil einfach das Geile ist, ich könnte rein theoretisch sogar einfach durchlaufen. Theoretisch. Aber wir lassen es mal. Da ist irgendwas explodiert, alles ist gut. Naja, ein bisschen Munition brauche ich halt schon noch, deswegen das, das, das und natürlich Magnum Munition, die benutze ich zwar so gut wie gar nicht, aber trotzdem Munition kann man immer haben. Oh, erst mal wegbrezeln den Typen, eh. Oh, shit. Zum Glück habe ich meine neuen besten Freunde am Start. Oh, weg. Sehr geil, dass die mir helfen. Macht einiges auf jeden Fall leichter. Also man kann halt das Ding auch, man kann ihm auch helfen und dann hilft man ihm halt, dann tötet man die ganzen Super Mutanten und so. Hätte am Ende dann eher eine Auswirkung. Und ich bin draußen. Yeah, in Freiheit. Und hier sehen wir schon Fox, mein Freund. Bäm, und da ist die Explosive, habe ich leider jetzt nicht drauf gehabt, aber das macht nix. Treffen wir uns endlich. Yeah. Ich wusste, dass sie überlebt hatten und habe gehofft, bei ihrer Rettung helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Sieht aus, als hast du ein neues Spielzeug, was? Ja, und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Oh ja. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Fox, was zum Teufel machst du denn hier draußen? Ich beobachtete ihre Gefangennahme und konnte ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um ihnen bei der Flucht zu helfen. Da ich ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur sie. Hilfe kann ich immer gebrauchen. Wie wär's, wenn du mit mir kommen würdest? Es wäre mir eine Ehre, einem solchen Helden zu folgen. Sollen wir aufbrechen? Aber sicher, Fox. So, unser neuer bester Freund. Alter, what the fuck, hier geht alles in die Luft. Hui! Alter! Holy shit! So, Höllenfeuer Helm, der Eklava, das ist klar, brauche ich jetzt gerade auch nicht. Alter Schwede, ne? Alles geht hier den Bach runter. Die ganze Eklava haben wir somit ausgelöscht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich gucke mal ganz kurz auf mein schlaues Gerätchen. Wo sollte, ne, warte mal, lass mal kurz, wo sollte ich, hier bin ich jetzt. Raven Rock. Von Raven Rock kommen wir, ne, kommen wir gar nicht. Raven Rock, wo will er mich denn hinbringen gerade? In die Citadelle, genau, weil jetzt, das Hauptspiel, also das Spiel an sich geht jetzt schon dem Ende entgegen. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt noch, ich sag mal, ein bisschen hier erkunden, ähm, aber einiges will ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, lass mich kurz überlegen, ich will auf jeden Fall nach Paradise Falls. Wir könnten natürlich, ja, hier gibt es halt auch ein paar interessante Sachen, die jetzt aber nicht alle wichtig wären für mich. Kann ich auch für mich dann im Grunde alleine machen. Ähm, Vault 92, da will ich auf jeden Fall noch hin, das heißt, wir würden unseren Weg jetzt eigentlich hier erstmal so ein bisschen fortsetzen, bis wir da sind. Da holen wir dann die Violine hier und tja, dann könnten wir rein theoretisch das noch schnell alles entdecken. Hier runter gehen, dann machen wir das, hier gibt es nämlich auch noch ein paar Missionen, Quests, ne? Jo, Höhle von Rock Creek. Hier ist der Vault-Tag-Hauptsitz, da könnte man theoretisch auch noch hin, weil das ist Stadtgebiet, das ist halt ja, problematisch. Und dann will ich nämlich ein DLC anfangen oder essen die jetzt hier und dann das. Also jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal noch hier ein bisschen rumlatschen, da haben wir noch ein paar Minuten Zeit und erkunden noch ein bisschen das Ödland. Wie gesagt, alles werde ich wohl nicht machen, weil, ne, ist auch nicht so wichtig, nicht so schlimm, wenn man es nicht gemacht hat. Jeder, der es selbst spielt, kann es natürlich gerne tun. Tja, wir haben jetzt einen Begleiter, den können wir auch durchaus mitnehmen, der Forks, der ist nämlich schon ziemlich gut. Er könnte sterben, das auf jeden Fall und wenn er tot ist, ist er tot. Bei ihm finde ich es aber nicht so schlimm wie bei unserem kleinen Hund. Ne? Hier ballert irgendwas ziemlich heftig rum. Und da haben wir das Kraftwerk. Müssen wir eigentlich gleich entdeckt haben. Wollt. Ach, sind das noch Trümmer? Alles klar. So, Setcom, Schaltmatrix. Gehen wir mal da hin, weil wir werden jetzt unseren Weg erstmal zu Vault 92 fortsetzen und mal schauen, was da geht oder auch nicht. Müssen wir gleich gucken, ob ich Stimpacks und sowas habe. Scheiße. Das Ding ist, es kann sein, er war glaube ich bei Vault 108. Achso. Kein Grund zur Panik. Das Ding kriegen wir auf jeden Fall Down. Kein Problem. Ich bin gerade überlegen. Wie würde ich am schnellsten zu Vault 92 kommen? Ja, das machen wir später. Das hätten wir ja auch noch. Ich habe aber gerade mal nur zwei Flaschen. Optional Vault 10 Hauptsatz finden. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Bin ich ganz ehrlich? Keine Ahnung. Also ich weiß, wo der ist. Ich habe mir schon entdeckt in dem Sinne. Das Ding ist nur, ich bin mir nicht sicher, wie der mich da, also von hier, von der Metro Station oder was. ja. Ja, aber wie komme ich da am schnellsten hin? Ich mache das anders. Ich mache das anders. Ähm, wir werden quasi von hier, Tempel der Einheit, werden wir hier hingehen. Dann sind wir ja schon mal hier und da sind wir auch ein bisschen näher, dann sind wir auch ein bisschen näher an Vault 92. Und vorher versuchen wir mal vielleicht noch den Vault-Tag Hauptsitz zu finden. Da müssen wir halt gucken. Da muss ich schauen, wie genau das funktionieren soll. Immer durch die ganzen Stationen halt durch und so. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber in der nächsten Folge gibt es erst mal wieder ein bisschen DLC Add-On Action, weil die müssen wir auch irgendwie kriegen. Wie gesagt, warte mal, DLC, ich muss mal kurz mit Kopf durchgehen. DLC, dann machen wir auf jeden Fall irgendwie die Quest, die wir jetzt offen haben. Also das natürlich und den Hauptsitz finden. Dann gehen wir hier hin, weil hier gibt es noch eine Quest. Eine Quest ist vor allem eine Quest. Wo ich noch hin möchte. Wir waren schon in Germantown, wir werden nach Paradise Falls gehen. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Dann, es gibt noch viel mehr Orte auch, man sieht das hier, es gibt noch so viele andere Orte, die man entdecken kann. Aber, wenn wir das alles gemacht haben, werde ich noch den letzten DLC spielen, glaube ich, und dann werden wir uns, dann versuchen wir das Ende mal anzugehen. Das dauert alles noch eine ganze Weile, aber da hätte ich jetzt, weil irgendwann muss es ja mal enden. Ich meine, da habe ich noch relativ viel offen, vielleicht mache ich das noch so, für mich ohne Aufnahme, mal gucken, weiß ich noch nicht so ganz, weil das ist einfach so fucking viel, was du hier entdecken kannst. Und irgendwann, wie gesagt, muss das Spiel aber auch mal ein Ende finden. deswegen entfernen wir kurz diese Markierung und werden mal zu den Aufgaben gehen und nach Pit markieren. Und da müssen wir jeder nach oben, alles klar. Bedeutet natürlich, wir müssen, na gut, dann können wir die Dinger eigentlich trotzdem mitnehmen, während wir da hinlaufen. gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns momentan, dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin, haut rein.